Ja, Hendrik, jetzt sag mal deine Koordinaten. Ja, ich bin nicht bei mir gerade. Ja, dann, Alter, das ist so kurz weg. Das kannst du einschätzen. Ja, genau. Weißt du, Chrissy auch so kurz weg ist. Weiß ich nicht. Das kannst du nicht einschätzen. Doch. Natürlich. So. Was willst du überhaupt bei mir? Ja, ich brauch deine Koordinaten. Ja, daneben ist mein Haus im Bauen. Da will ich mein Haus im Bauen dann. Also, dann, nee. Ja, ich brauch deine Koordinaten. Ich dachte, du stellst eine andere Frage. Morgen ist ein Heid. Also. Ja, was willst du jetzt bei mir? Halt's Maul. Neben dir ist doch die Wüste. Da wollte ich doch mein Haus im Bauen. In der Wüste. Da hab ich schon eine schöne gerade Fläche gemacht. Wollst doch ein Wasserhaus bauen. Was lacht, was du? Genau. Du wolltest sie würde machen. Was ist das Wasser? Das hat dieses ganz große Sandfläche gemacht. Die ist nicht unter Wasser. Aber du willst auch diese Insel doch bauen, gell? Nein. Einfach in der Wüste. Ja. 650 Meter von Chrissy zu mir. Ein bisschen weit. So, ich geh jetzt erstmal ein bisschen Holz fahren. Nee, nicht in der Nacht. Nicht. Nicht in der Nacht. Warum nicht? Hendrik, muss ich doch nimm Sumpf zu dir? Ja. Ist ernsthaft? Weiß ich nicht. Du hast es auch zu mir gefunden. Ich bleibe mal irgendwie im Gelaufen. Ich glaube, es ist so dunkel. Ja, es ist echt so. Ist hier noch irgendwo was? Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Hier ist noch was. Alter, diese... Oh, Mann. Oh, Mann. Die scheiß Gelette. Die scheiß Gelette, Alter. Als Maul-Krissy. Eine Stunde aufgeregt. Nur wegen einem Tod. Nur wegen einem Tod. Ja. Wegen meinen ganzen Items. Einem Tod. Meinen ganzen Items. Einem Tod. Items. Ich spaß mit sowas nicht. Da mach ich überhaupt keine Faxen. Toll, mein ganzes Level ist auch weg. Haha. Ich war Level 89. Geht, glaub ich, nur bis Level 60. Ja. Ja, was los? Alter, ich hab gleich keinen Bock mehr, wenn ich nicht mehr zu Hendrik will. Ja, ich beerkraziiere. Wenn ich jetzt in die falsche Richtung, die laufen bin. Weil ich sag's euch, das wird so eine richtig schöne Redstone-Rache geben. Das ist richtig ein Beweis. Bei 60.000 Likes. Was? Bei 60.000 Likes esse ich ein Biesen. Ich fand's echt voll heftig, dass ich während ich, äh, also gar nicht aktiv war, also richtig gar nicht noch Abonnenten bekommen hab. Richtig gar nicht. Richtig gar nicht. Richtig gar nicht. Was ist denn richtig? Ja, das ist, das ist das, äh, Adjektiv für deinen Schwanz. Richtig gar nicht. Richtig gar nicht. Das wird so rechtlich, dass er jetzt fährt. Ja. Es muss meiner Schulaufgabe schreiben. Ja, ich hab richtig gar nicht, keinen Bock drauf. Andereheimische wie die Schule, voll, bitte. In Berlin? Berlin? Du bist wunderbar. Ja, weich, ich find jetzt hier wieder Kohle, aber nein, bringt mir gar nichts. Aber so ein paar fertigen. das passt jetzt bei jedem kohleblocke mal aufmaut außenrum alles ab das heißt nein ich brauche eigentlich Eisen das ist ja nicht alle genau hinterm kohleblock das ist viel wichtiger Eisen jetzt hier aber nein so jetzt bin ich gleich mit meinem Haus wieder wir sind ja zwei ganz witzige das war doch lustig also ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so amusant ja weil du das Opfer warst aber hin Dreck und ich bin ziemlich gelacht ja hin Dreck und du haben wirklich ziemlich gelacht so ein Skelette durchs Wasser schießt Eisen, oh geil jam 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 Hunger, Hunger, Hunger jetzt habe ich den Haus Hendrik echt schmatzi, 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 schmatzi One Piece okay nein, 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 nein Alter, ein Herz danke schön Bitte hey, kennen Sie noch die Ninja Turtles Nein von Kika Nein Ja Alter, ich habe mir da mal das ganz alte Lied angehört Nein Das ist so geil Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Die Damen und Herren, die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein super heißes Team. Na loko. Okay, weiter kann ich. So geil. Und wir hatten letztens Dinge angeschaut, diese WG, ich glaube, das hat dich Hendrik mal erzählt. Jungs-WG. Nein, die Mädchen-WG und da hieß es eine Buse mit Vornamen. Buse, das ist doch so bitter, wenn Buse heißt. Was machst du hier? Ich... Ja, nur das... Ich gehe aus meinem Haus raus, wenn du in die Trunk druckst. Alles ist, alles ist relativ normal. Alter, mach ja wieder das Glas hin. Ich hab keins mit. Alles ist, alles ist uns manchmal scheiß, egal. Ich will doch ein Stein hatte, Tone 2, Tone 4 in Mathe. Das darfst du nicht. Und war später mal total. Ja, ich gehe raus. Ja, ich gehe raus. Dann schlag mich nicht immer. Ja. Dann muss ich dich töten. Ach, ich esse es erstmal. Jetzt hab ich wegen dir nichts mehr zu essen. Aber jetzt hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Und wenn du einen Block baust, dann bist du tot. Fick dich, dass du dann nachgesagt. Ja, das könnte ich auch sagen bei der Aktion, was ihr bei mir gemacht habt. Wenn du einen Block abbaut. Alter, verpiss dich jetzt. Ich will doch nur raus. Ich hab keine Ahnung, wo der Ausgang ist, man. Nach unten. Okay. Schleisen hab ich 18. Wow. Das bringt mir... Warum lässt sich die Tür bei der Tür auf? Wenn man ins Haus reingeht, was ist denn daran so schlimm? Okay. Weil ich... Ihr macht bei mir tausend Fallen. Weil du immer klaust. Ja, ihr nicht, oder? Okay. Okay, ihr habt ausnahmsweise nichts geklaut. Okay, ich weiß natürlich nicht, wie mein Inventar davor aussah. Aber... Zumindest habt ihr mir keine Diamanten geklaut. Allein schon, weil du immer in die Truhen reinguckst. Und dann alles klaust. Ich schau immer nur nicht... Ich schau mit Absicht nur in die Truhen rein, dass du denkst, dass ich was klau. Ja, ihr habt ja im Endeffekt in meine Truhen reingeguckt. Ja. Chrissy, irgendwie redest du grad voll an uns vorbei, weil... Ich hab mit Johann redet und du redest im Schein. Okay, dann red ich jetzt gar nichts mehr. Ja. Eine tolle Aufnahme. Das ist da eingeschlappt. Das bin ich beleidigt. Ich nehm' gar nicht auf für Vollidioten, Alter. Ja, genau. Ja, es ist so. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Sag ich doch, genau. Ja, sag ich doch. Genau. Ja. Ja. Hey, jetzt kommt die HeroTurtle, superstarke HeroTurtle, jeder kennt die HeroTurtle, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein superheißes Team, na loko. Wenn sie durch Angst und Schrecken zieren, ist auch Ehrensache. Ich glaub' ich hab... Hä, warum kann ich diesen Sand nicht einsammeln? Immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Äh, es leckt grad übel. Oder ich hab' einen Time-Barack. Jetzt geht's hin. Michael Ballack. Boah, habt ihr das Spiel Deutschland gegen den gesehen? Nein. Gegen Paraguay. Nein. War schon ein bisschen peinlich, also. Also, ich bin schon so ein vollblütiger Deutschland-Fan, aber das Spiel war schon echt peinlich. Es ist sein, dass sich auf einmal deine Stimme anders anhört. Jetzt auf einmal, oder? Ein Dreck? Hä? War er, ist der weg, oder was? Keine Ahnung. Nö, nö, nö. Ich bin nicht weg. Alter, dieses Scheiß-Glas-Lochmann dafür zählt. Ich geh mal auf der Lauer. So, ich brauch, ja, ich weiß nicht, 30 Eisen reichen eigentlich nicht. Alter, wenn man einen Shader hat und dann zum Desktop wechseln und dann wieder reingekriegt, man hat immer Black Screen. Black Screen, Black Screen, Black Screen, Black Screen, oh yeah, wenn du hackst, dann füg einfach einen Black Screen ein. Ja, ich muss auch noch frühstücken. Ja, ich muss auch noch frühstücken. Ich hab auch noch nichts im Magen bekommen. Ich hab auch noch nicht im Magen bekommen. Ich hab' ich aufgestanden bin, da hab' ich mein PC angeschaltet. Ich auch. Dann schreib den Trick an. Conti F. Höh. Aufnahme. Höh. Aufnahme. Dann hat er mir geschrieben, ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann kriegst du's halt nicht, wie Christian die Falle läuft. Echt? Hatte das? Alter. Du bist so ein mieser Motherfucker. Weißt, du hast schon so gesagt, ja, geh bei noch nicht auf den Server drauf. Weißt, der hat's schon so provokant gesagt. So ein Spasti, Alter. Alter. Ich hab mir schon gedacht, irgendwas ist da sicherlich. Aber ich hab's irgendwie nicht gedacht, der ist so ein Scheiß euch aus. Da hat er sich ja echt dumm angeschaltet. Er sagt, ey, ja, bau mal bitte für mich den, ähm, den, den Kohleblock ab. Ich kann's einfach nicht abwarten. Ja, genau. Und dann noch so gesagt, ja, nee, ich nehm keine Almut. Oh Gott, ey, das war richtig schlecht gemacht. Richtig, richtig. Absache ist aber, dass du in die Falle reingefallen bist. Aber das Lustige war ja, er ist nicht reingefallen, er ist reingelaufen. Ja, weil ich hab das irgendwie total, also ich hätte es schon gerne im Kasten gehabt, also aufgenommen, aber kann man nichts machen. Ist halt scheiße gelaufen einfach. Ich hab das aufgenommen, du wirst jetzt bloß uns nicht sagen. Ja. Ich hab's echt nicht aufgenommen. Ja, genau. Also das hab ich nicht aufgenommen, ich nehm jetzt im Moment auf. Okay, das hat ich gelogen, aber... Das brauch ich jetzt nicht. Das hab ich ganz sicher nicht aufgenommen, weil das wär zu genial gewesen. Du, du tauge nichts, du rabauke, du. Du Banause. Du Butterschmalz lecker. Aber Banause ist echt lustig. Und Banause, da kann man ja nichts sagen. Banause ist lustig. Du, du... Wenn das eben scheiß lustig ist. Du dünnsches Gurgler. Nein. Nein. Der ist zu eklig, um witzig zu sein. Das ist echt so. Das ist echt so. Das ist echt... Also ich bin jetzt bei 15 Minuten weg. Ja, ok. Bis dann. Boah, ey, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Du, 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 du. Da kann nicht hoch. Immer auf. Wieder da. Nein, ähm, 20 Minuten, weil ich hier von Peace-Folge und Essen tue nebenbei. Okay. Ja. Du solltest einfach kurz die Aufnahmen beenden, Chris. Ich muss... Ja, ok. Warte, warte. Kannst du auch 2 Minuten da bleiben? Warum? Weil dann sind die 15 Minuten nämlich voll für die Aufnahme. Ok. Wenn ich 2 Minuten aufkam. Nein, Spann. Du hast grad extrem ne komische Stimme. Ja. Das hört sich grad an wie so. Jetzt ist das Sperma im Mund. Ja. Und jetzt? Jetzt geht's wieder. Ähm. 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 Ist echt schlimm mit Hendrik. Ja. Mit Hendrik ist das Leben dreckig. Ja. Der Name ist so geil, Alter. Ja. Wie du da rausgekommen bist, Hendrik. Gibt's nicht. Also wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die Hendrik heißen, nennt sie einfach mal Hendrik. Das passt immer. Ja. Hendrik. Genauso wie die Chinesen in der Ecke sitzen. Ja. Ja. Das ist genauso geil. Okay. Okay. So. Jetzt selte ich aber erstmal meine ganzen Sachen hier. Ey, das ist so. Wichtig, wichtig, stralalalala. Boah. Bald ist Nikolaus Abend da. Ich weiß, ihr solltet schon viel mehr Abonnenten, wenn ich in jeder zweiten Aufnahme sehen würde. Ja und? Ich darf doch machen, was ich will, oder? Ist ein freies Deutschland. Er ist nicht so wie, so Abogeil wie Rax LP. Der ist ja, das ist auch bei allen bekannten YouTubern. Überall. Ist doch mir egal. Der ist bei allen bekannten YouTubern überall geblockt. Bei allen, weil er immer abgeworben hat. Angeworben. Er hatte auch über viele Dislikes auf jedem Video. Sonst hat er mir geschrieben, dass er es lässt. Jetzt lass ich's. Rax lässt Rax los. Alter, fick dich, weil ich kann grad nicht rennen. Du Leberwoll. Okay, okay. Du Leberwollst immer noch rein. Jetzt können wir meinetwegen ne Aufnahmepause machen. Okay. Aber warte, warte, ich geh noch kurz in mein Haus rein. Es wird nämlich Nacht. Sum, sum, sum. Aha. So, also Leute, wir sehen uns dann, ja, im nächsten Part wieder. Ciao. Bis mal. Vielen Dank.